Hallo und herzlich willkommen zurück bei Destiny 2. Ja, ähm, ich hab so ein paar Sachen gemacht, gell? Ähm, ihr seht, also ich hab erstmal meine Exotics gewechselt. Äh, ich hab Ursa Furiosa bekommen von, wie heißt er, Ixur oder Zur oder wie der da hieß. Den, der ist zur Zeit hier irgendwo, ähm, befindet er sich. Da kann man sich immer vier Exotics holen, einen für die eigene Klasse, ein, eine Waffe. Ich hab in dem Fall Lord der Wölfe, die ich eigentlich gerade ausprobiere. Ich hab die aber nochmal mitgenommen. Ich hab einen Bogen mitgenommen, weil ich Bögen eigentlich ganz cool finde. Ähm, könnte sein, dass wir auch auf die rüber wechseln werden. Und ich hab noch die alte Waffe mitgenommen, falls wir aufs alte zurück wechseln wollen. Man bekommt auch immer einen Exotic-Engram. Das war dann dementsprechend Ursa Furiosa. Äh, sobald ich mein Sentinel-Schild auspacke und jemand gegen schießt, ähm, kriege ich super Energie zurück. Und das Coole ist daran, im PvP ist es ein bisschen mehr wert, weil packe ich das Schild aus, ähm, kann jemand durchschießen und gleichzeitig fange ich den ganzen Schaden ab. Ähm, ja, das ist eigentlich nochmal ein bisschen fetter. So, ähm, das wollte ich nur kurz zeigen und ich wollte damit auch gleich die Mission weitermachen. Nämlich unsere Hauptmission. So, los geht's. Ich freu mich. Dieser Exur, der wechselt jede Woche, ich glaub jeden Freitag sein Standort. Ähm, ja. Ja, und da muss man dann halt ihn suchen, ähm, es gibt kluge Leute, die das schon vorher wissen und posten das dementsprechend. Alles klar, wir sind im Träger. Okay. Gut, euer Ziel ist Tumos, der Ungebrochene. Er ist einer von Goals Auserwählten. Die Codes für sein Schiff sind das Ticket zur Allmacht. Hawthorne hat eine unschöne Begegnung mit ihm, als wir unterwegs waren. Ja, jetzt haben wir noch zwei Krassenwaffen. Ich würde dir ja raten, vorsichtig zu sein, aber das hat meinem letzten Team auch nicht geholfen. Finde das Kommandodeck, dann findest du auch Tumos, den Ungebrochenen. Du wirst ihn zum Gebrochenen machen. Und wie wir das werden. Übrigens finde ich den Bogen echt geil. Weil das Ding trifft. Grundsätzlich immer. Da ist was. Na, da oben, da hallo. Die hallo's. Und jetzt, zeig ich euch mal. Das ist eine Schrotflinte, ihr müsst euch das mal überlegen. Das ist eine geile Schrotflinte. Mal schauen, ob der sitzt. Und wieder sitzt. Und da ist noch einer. Den haben wir auch. Ähm, die hat übrigens, ähm, da kann man auch noch auf eine härtere Salve umschalten. Das ist natürlich auch nochmal nice. Also ich, wenn ich R halte, hab ich, lass die Wölfe los. Und die kann richtig reinhauen. Warte mal. Die macht. Mit Gutschaden. Oh ja. Sehr schön. Genau, die macht. Die Drücke sollte über uns sein. Finden wir eine Konsole und holen uns die Baupläne. Wir finden das schon. Tatsächlich kennen wir das Ganze schon ein bisschen. Nämlich schon von einer Mission, die wir immer, von einem Strike, die wir immer wieder gemacht haben. Okay. Wir müssen zu Trimus. Wir können hier lang. Perfekt. Oh. Das ist ja cool. Das ist mal anders. Okay, der wartet nur drauf. Das ist noch gut. Unser Hüter kriegt das hin, Hawthorne. Das ist unser Job. Das war euer Job. Soweit ich weiß, ist euer Licht aus. Jetzt sind wir gar nicht mehr so verschieden. Äh, doch. Unser Licht ist an. Okay, komm. Es ist zwar kein... Die Tür ist verriegelt. Schau dich um. Es gibt immer einen anderen Eingang. Er ist Post. Ich wünschte, ich könnte auch da draußen sein und ein paar Kugeln abfeuern. Tja. Für mein Team. Deine Zeit wird kommen, Hawthorne. Das will ich doch schwer haben. Na klar schon. Ha! Ah. Hat. Was, was? Jetzt macht's Peng. Das Ding ist schon geil. Der Bogen. Ich glaub, der hat noch so einen leichten... Sealer. Oh, hat er Glück gehabt. Jetzt hab ich ihn. Hier war doch noch einer. Na, jetzt hat er sich natürlich komplett versteckt. Okay, wisst ihr was wir machen? Genau das mit dem er... Genau das mit dem er... So. Wir tun ihm richtig schön mit der Schrott zu legen. Oh, komm, nervt nicht. Also... Es... Ich habe tatsächlich... Und... Äh, mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa. Ich habe... Letzte Woche habe ich eine Waffe voll verpeilt mitzunehmen. Und es tut mir echt leid. Oh, vielleicht wandelt es in den Tuchel. Dann werden wir gleich mal unsere Schwotze ausprobieren. Und... Das war tatsächlich... Äh, die Graviton-Lanze. Hätte ich mir letzte Woche holen können. Ob ihr das Ding habt, auch richtig Wumms, ey. Selten sowas erlebt. Ähm... Ne. Oder? Nein. Äh, der zeigt genau in die andere Richtung. Alles klar. Ähm... Ah, diese Konsole? Nein. Oben drüber? Nur wo wir uns jetzt um den einen Typen da schon gekümmert haben. Ich lasse die mal da rauf. Tumos weiß sicherlich, dass ihr ihm auf den Fersen seid. Ihr könnt euch auf ein Empfangskomitee freuen. Holiday, kannst du Unterstützung leisten? Klar. Ich komme mal wieder zurück. Ich muss hier erst ein paar rote und Tiere abschütteln. Weg. Weg. Der rote und... Keine netten. Ah, da hinten ist ein Security-Guy. Oh ja. Oh ja. Ich habe so ein paar Vorteile in der Luft. Also, auch wenn ich ein fucking Titan bin, der eigentlich aushalten muss, habe ich echt Spaß. Entschuldigung, Alter. Oh. Noch so ein Security-Guy. Sorry. Ähm. Oh, der trifft manchmal sogar zwei, oder was? Äh, ja, klar. Ähm. Darf ich mal was ausprobieren? Okay, die Waffe ist ein bisschen übel. Okay, pass auf. Der wird... Ah, Mist. Oh, was, was? Nimm das. Uh. Zua. Fres das. Boy. 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 Nein. Zu, zu spät. Okay. Ich habe gehört... Ich habe gehört, die sterben jetzt wie die Fliegen. Okay, die, die macht einfach auch 800 Schaden, wenn es sein muss. Okay. Komm, schieß, Bruder. Okay. Der wird schießt auf mich. Alles klar, Hüter. Ich habe mein Teil getan. Jetzt kümmere du dich um Tumos für uns. Schade. Okay. Ähm. Sorry. Oh, so Sprengpfeile werden schon geil. Ich weiß nicht, warum ich den Bogen mag. Äh, hallo. Du kannst ruhig stehen bleiben, Bruder. Mal was ganz... Okay. Ich habe eine bessere Waffe für dich. Any questions? Puh. Okay. Also, gegen Bosse. Also, gegen Bosse. Oh. Oh. Hey, Bruder. Ähm. Und was mache ich jetzt gegen dich? Einfach. Du bist einfach kein Gegner für mich. Du, wir haben die Cops und Tumos ist erledigt. Abgehackt und abgehackt. Exzellente Arbeit. Jetzt auf zur Basis. Finde sein Schiff und begib dich zur Allmacht. Wir zählen auf dich. Das war saubere Arbeit, Hüter. Ich werde die gute Neuigkeit verletzen. Yeah. Oh, okay. Vielleicht jetzt kommt irgendwas Spannendes. Ja, jetzt kommt die supergeile. Und ja. Diebstahl. Oh, also diese Schrotflinte, die ist ja übel. Alter, ist die übel, wenn du nah dran bist. Die haut dir einfach weg. Da gibt's Waffen, die sind anders. Also, auch dieser, dieser Granatwerfer ist dagegen. Witz. Aber wenn du dich mit dem Ding dran stellst. Brrr. Tot. Brrr. Tot. Brrr. Tot. Läuft. Ich kann ihn sogar noch auf weniger stellen. Also, ne? Mehr oder weniger. Das ist schon geil. Tumos, der Ungebrochene, hat ein Schiff in der Basis. Nur so können wir unentdeckt auf die Allmacht gelangen. Wie stehlt es also? Neuigkeiten, Leute. Die Gefallenen sind unterwegs. Scheint, als hätten die ihre Lektion nicht gelernt. Ach, diese gierigen Arsgeier tauchen immer dann auf, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Wie ein Warlock, wenn man... Oh. Nur zum. Ich, äh, äh, nein. Ich bin fertig. Also, so auf Flächen... ... bin ich jetzt nicht aus... ... war ich aber auch nie so richtig. Bis auf meine Granate. Also, gut. Ich hab ihn versucht, auch ein bisschen schneller ziehen zu machen. Ah, toll, danke. Wer schießt auf mich? Der da. Sorry. Hast du noch deinen Mate getötet oder was? Alter. Sorry, Bogen. Läuft. Ah, falsche Richtung. Der Bogen ist nice. Der macht super viel Schaden. Leider gegen Masten greifen. Ist nur ein Schiff übrig. Das muss Tumos Schiff sein. Schnapp es dir, bevor es zu spät ist. Das wird jetzt doch noch mal ein bisschen lustiger. Oh. Jetzt beginnt hier der Kampf. Also mit der Schrotflinte. Alles klar. Bin ich gewohnt. Dass die Leute mich nicht mögen. Ich muss das Ding auch ein bisschen aufladen. Ja. Der klebt jetzt wohl an der Wand. Der auch. Oder. Ja, klebt an der Wand. Klebt auf dem Boden. Sprengpfeile werden schon was Schönes, ha? Vorsicht. Mach Peng. Es tut mir leid. Ah. Da. Oh. Sie droppen sogar noch. Nervt mich nicht. Yo. Oh, ein Primus. Und N-Gram. Das sind immer N-Gram. Keine Ahnung warum. Ich würde nicht. Ich würde gerne. Warte mal. Wenn ich. Ne. Wenn ich C mache. Und dann kann ich eine normale machen. Ah. Sehr nice. Okay, okay. Merken. Ich kann kurz mein Schild aktivieren und dann einen normalen Schlag durchführen. Ach. Alte Gewohnheit. Entschuldigung. Alte Gewohnheit. Zusammenöffne dich. Ähm. Moin. Ich glaube, ich mag euch nicht mehr. Hier hätte ich das jetzt auch gebrockt. Oh. Okay. Weg. Ey. Komm mal. Gut, das war sehr explosiv, würde ich sagen. Alter, überall diese scheiß Dinger. Irgendwo hier wird auch noch einer sein. Boah, was ist das Ding, ey? Wenn es sein muss, rasiert das alles, habe ich das Gefühl. Ist er durch? Na, der ist zu weit. Naja, ist nicht schlimm. Ich glaube, wir sind da. Der Weg steht frei. Dann lass mich mal an Tumors Schiff ran. Toll, Leute. Jetzt kommt der Part, wo ihr euch das Schiff borgt. Borgt. Cyborgt. Ah, 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 ah. Entschuldigung, Fragezeichen. Alter. Das sieht schon geil aus. Ja, da ist der Reisende. Ein Teil des Reisenden. Ah, ich muss runter. Könnte sein. Ich muss runter. Schiffkaper. Ob Schiffskaper schmecken? Was? Gib mir Deckung. Ich versuche herauszufinden, wie das funktioniert. Hallo. Verteidige das Schiff. Ich glaube, ich tue denen schon etwas weh. Wollen die Hunde rüberspringen? Oh, Gott. Das tun sie. Ähm, hallo? Da ist ein Ruf hier. Und ein Teil kommt hier rüber. Ich mag Scharfschützen nicht. Oh, oh. Ich weiß nicht, wer da kommt. Ich würde es auch eigentlich gar nicht so richtig wissen. So, ciao. Jawollo. Und er hat noch gesessen. Aus der Luft geholt. Hallo. Ich höre gar kein Geschrei. Bist du noch an einem Stück? Äh, ja klar. Im Gegensatz zu dir kommen sie gut mit feindlicher Technologie klar. Hey, der Teleporter war ganz, äh, verwechst und so. Ver, 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 ver. Oh, Hallöchen. So, wer ist weg? So, der kriegt auch nochmal einen auf dem Hinterkopf. Ah. Hey, Kumpel. Habt das Gefühl. Wow. Okay. Pushcracker. Noch jemand? Okay. Ah. Okay. Nice. Wir bauen auf dich, Hüter. Zerstöre die Waffen der Allmacht. Eliminiere diese Bedrohung. Und in der Zwischenzeit machen wir uns bereit für einen letzten Lauf durch die Stadt. Das wird Gauls letzter Tanz. Ja. Wie das ein letzter Tanz wird mit uns. Oh, oh. Ah. Ein Ladescreen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann werden wir hoffentlich die Allmacht besiegen können. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal auf dann. Ciao, ciao. Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020